Hallo, herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist Freitag, der 13. Wir haben uns überlegt, wie wir daraus einen Glückstag machen könnten. Denn wer kennt die Symbole nicht? Eine schwarze Katze, die von links nach rechts geht, die bedeutet nie was Gutes. Oder ein kaputter Spiegel, das ist auch nie gut. Eine Leiter, unter der man nicht hindurchgehen sollte, die kennen wir auch. Und nicht zuletzt das Hufeisen, aus dem das ganze Glück rausfällt, das kann nie was Gutes bedeuten. Aber wir möchten trotzdem versuchen, einen Glückstag daraus zu machen. Wisst ihr was? Den Spiegel, den ersetzen wir einfach durch ein zerbrochenes Weinglas, denn schliesslich bringen Scherben Glück. Die Leiter, die geben wir einem Kaminfeger. Und auch der bringt uns Glück. Das Hufeisen, das drehen wir einfach rum und fangen das ganze Glück auf. Aber was machen wir mit der schwarzen Katze? Wisst ihr was? Wir ersetzen sie durch ein Schweinchen. Jetzt haben wir Schwein gehabt. Die D-Schule wünscht euch einen schönen Freitag, den 13. mit ganz viel Glück. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020